Die Folgen... diese Folge regt mich jetzt schon auf! Nein, 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 nein! Das war wieder ab... das war mal wieder sowas von klar... Abkürzung! Lenken vielleicht? Wieso geht es mir eigentlich mit diesen Bomben auf dem Senkel? Lass mich raten... Diesmal war ich früh genug... da konnte mir keiner was... 4,7... Hey! Hallo! Hallo! Mein Gott! Nein! Nein! Und die Abkürzung durfte ich wieder nicht nutzen! Zack! Lenken kennt der Wagen hier auch nichts... Das ist grandios, sonst hätte ich nämlich andere Waren... Wow! 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 Was auch immer ich jetzt hier bitte gerade so weit ver... Ja! Da hat jemand eine Abkürzung aktivieren können! Letzte Runde? Ja, letzte Runde! Ehm... Jut! Oh! 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 Also ich kann kein Powerplay aktivieren, außer jemand benutzt hinten was, dass ich klein bisschen drifte, um irgendwas zu bekommen. Kann ich nicht aktivieren. Wow! Heeeeeee! Mir kann keiner was nach drei Neustarts. Ich hasse mich! Oh je, 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 oh je! Ja, ich weiss. Glückwunsch! Der Bestfeld, die nächste Folge! Irgendwas. Ah, ich hab mich sogar für das Bonus-Rennen qualifiziert. Soll ich das noch eben fahren? Ja, ähm, genau. Genau. Diesen Zug sollten Sie nicht verpassen. Nur bei der nächsten Chassis erschütternden Folge von Split Second. Das scheint noch was auf uns zu zu kommen. Großartig! Für längere. Äh, bitte mal kurz hier rüber. Ja. Detonator. War das das hier nicht? Auch? Okay. Äh, den fahren wir noch eben? Ja, ich gucke mal, wieviel Zeit ich werde. Hehehe. Nicht wieviel, nicht sehr hoch, aber ist okay. Dann mach ich mal meinen Cut, dann sehen wir uns bestimmt erst beim nächsten Mal. Aber erst, wenn ich das hier gefahren habe. Ich bin nicht davon ausgegangen, dass ich den Detonator noch kriege. Eins, neunundzwanzig. Okay. Ah! Der war nicht nett. Damit hab ich jetzt ein... Hallo, hallo! Darf ich einen Neustart machen, weil, äh, ich dürfte mich gerade hier zur Tode. Ich weiß, es ist blöd, aber... Ich weiß nicht mal, welcher Cobretti das hier ist. Ich hab das jetzt nicht ganz gelesen. Das ist nicht erst nach einer... Wenn ich mir die Aufwärmer kurz anschaue. So. Zack. Nochmal fall ich da nicht drauf! Nein. Die Arme... Ah! Aaaaaaah! Oje, Meni, oje, Meni, oje, Meni! Ja, die Bomben werden gar nicht mehr aktiviert. Hat auch was, wusste nicht. Warum große Kurven? Warum schleiderst du so? Ist das der Wagen, den ich als nächstes bekomme? Nein, 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 nein. Wow. Nein. Ich glaube, ich darf einen Neustart machen, ne? Ja. Wenn ich die Folgen betiteln würde, würde sie heißen Neustart. Neustart, Neustart, Neustart. Weil so oft, wie ich jetzt auf Neustart gemacht habe, das ist nicht okay. Überhaupt nicht okay. Tuck. Nein. 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 Woh, nein, nein Nein, 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 nein Das ist ein krasser Explosionszwung Ich bin der vorhin schon rein Gerast Oh, shit Bitte fahr vorbei, bitte Wow Wo ist denn das Ziel? Das war eine miserable Session. Ich habe keinen Bock mehr. Never ever. Ach je. So. Zack. Jedenfalls würde ich jetzt sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal bei der Folge in die Eisen. Oh, das Elite-Rennen habe ich schon auf. Ach ja, ich habe ja genug Points. Ich würde aber sagen, wir sehen uns jetzt auch. Und bis dahin. Ciao. Heute bei Split Second. Ja, willkommen zurück. Heute bei ist der Bullet Second. Yo. Zuletzt stehen geblieben sind wir jetzt hier auf Folge 5, wo wir ein Rennen, ein Überleben, ein Rennen, ein Luftangriff, irgendeinen Bonus, den ich nicht weiß. Und halt das Elite-Rennen haben. Dann beginnen wir mal. Weil wir fahren mit dem Wagen und es ist ein typischer Blaufarbe. Da ich es bis jetzt immer so durchgezogen habe, auch wenn der Vortex es nicht so wollte am Anfang. Dass ich immer meine Wagen im Blau habe, ziehe ich das auch weiterhin so durch. Weil, weil, ja, ist einfach so. Zack, zack. Und zip. Aber mal gucken, wie gut das ich denn heute bin. Jetzt darf ich nicht gerade ganz... Oh, Mann. So. Nicht ganz so berauschend. Auch wenn ich gerade hier ein bisschen schlecht abziehe, das sehe ich gerade. Aber das dürfte noch am Wagen liegen. Und zwar wir auch sehr früh am Tag haben noch. Zack. Oh, Mann. Okay, warum... Alter, was ist denn los? Ich kriege zwischendurch gerade Frame-Einbrüche. Das Problem hatte ich bei... Bei Half-Life das letzte Mal auch so irgendwie. Nein, ich hoffe, der pendelt sich wieder ein. Weil das ist schon ganz komisch, dass jetzt auf einmal hier so Frame-Einbrüche eintreten. Aber... Alter, was ist das? Ich checke es nicht. Die ganzen Sessions. Bleibt es ruhig. Und jetzt fängt das an. Hallo? Warum? Okay, mein PC ist im Arsch. Der neue ist auch schon im Arsch. Das ist cool. Oh, Mann. Ne. So kann ich nicht spielen. So will und kann ich nicht spielen. Und auf Gelegen. Das Gelegen verursacht diese Crashs. Tja. Das heißt, ich darf gleich eine Aufnahmepause wieder machen. Cool. Der PC ist, wenn es hochkommt, gerade mal eine halbe Stunde an. Meine Güte. Entschuldige gerade richtig fürs Aufregen. Aber das kann ja nicht wahr sein. Guckt euch das mal an. Der hört nicht mal mehr auf. Geil. Ich darf die Grafik also gleich runterstellen. Weil mein PC einfach mal die Grafik nicht mehr abhaben kann. Oder was? Geil. Das war es mit einem tollen PC. Dann darf ich mir wieder einen neuen leisten. Der hier ist gerade mal zwei Monate alt. Ne. Das bringt mir hier gar nichts. Mich würde auch nicht wundern, wenn ich gerade verliere. Weil ich kann so nicht spielen. Kann ich einfach nicht. Das ist ein Ding, das klappt einfach nicht. Nein. Ich fahre eben durchs Ziel. Und gucke mal kurz, was da los ist. Ich weiß. Es sind noch 25 Credits. Könnte mal die Enter-Taste reagieren. Boah, entschuldige, weil ich mich gerade so aufrege. Meine Güte. Wir sehen uns gleich. Ich muss mir das mal eben anschauen. Vielleicht kriege ich das geregelt. mit mir. Wie milyann wandelt. Scheisse nicht mehr. Das camp男 fandy Stimmt.